Von Eric Bonse, Spitzname Monster vom Bailament, sorgt sich um die Zukunft der Europäischen Union nach der Europawahl im Frühjahr 2019 drohe eine institutionelle Blockade, sagte Selmayr der belgischen Zeitung Lesoa der Streit um die Spitzenkandidaten, der auch den EU-Gipfel am Freitag beschäftigte. Der nichts liegt. Beteuerte Junker also muss es einer seiner Mitarbeiter gewesen sein. Der Verdacht fiel sofort auf Selmayr dem britischen Guardian gilt er seither als Brexit-Nemesis, als Erzfeind des britischen EU-Austritts, dem jedes Mittel recht sei. Um die Verhandlungen mit May zu hintertreiben, der Telegraf behauptet gar, Selmayr wolle die Briten für den Brexit bestrafen, um dieses Ziel zu erreichen. Schrecke er nicht einmal davor zurück, Kanzlerin Angela Merkel zu manipulieren. Auch in Frankreich traut man dem 47-jährigen promovierten Juristen so ziemlich alles zu mit Frank Underwood, dem rücksichtslosen Strippenzieher aus der US-Serie House of Cuts. Verglich in die Zeitung Liberation Selmayr kann darüber nur lächeln. Er bevorzugt die ältere Serie West Wing, einem Sozialdemokraten, um zur Weltbank zu wechseln. Ihr Nachfolger wurde Günther Oettinger, der nun gemeinsam mit Selmayr über die Zukunft des EU-Budgets entscheidender Oettinger war es auch. Der Selmayr vor Kritik in Schutz nahm, er ist kein Undercover-Agent der deutschen Politik, sagte der CDU-Politiker nach der umstrittenen Nominierung am Donnerstag, doch genau dieser Verdacht hält sich hartnäckig. Seit Selmayr seine Karriere in Brüssel angetreten hat, der heimliche Herrscher der EU, wie der Spiegel ihn nannte, der ebenfalls bei Bertelsmann arbeitete, brockelt. Genau wie Selmayr, als einer der einflussreichsten Strippenzieher in Brüssel. Mit direktem Draht ins Berliner Kanzleramt schon 2004 wechselte Selmayr in die EU-Kommission. 2010 stieg er zum Kabinettschef von Justizkommissarin Vivien Redding auf er versuchte. Die Luxemburgerin zur Nachfolgerin von Kommissionschef José Barroso aufzubauen, scheiterte jedoch und wechselte über Nacht das Lager bei der Europawahl. 2014 machte Selmayr dann für Juncker mobil. Er zuvor das Platz-Eht von Merkel erhalten hatte, seitdem steht die Achse Merkel-Selmayr. Auch wenn es nicht immer harmonisch zugeht zum Streit kam es vor allem 2015. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017